11.06.2024, wir befinden uns im dritten Jahr und davon Tag 108 des Ukraine-Krieges. Herzlich Willkommen, ich begrüße Sie zum täglichen Lagebericht. Westlich von Avdivka versuchen die Russen nun die ukrainischen Stellungen bei Novoprokrovsky zu erobern. Von drei Richtungen greifen sie gerade an. Einmal aus dem Norden, einmal aus dem Süden und einmal unten aus dem Osten aus Richtung Semenivka. Dabei versuchen sie einen Kessel zu bilden und die Ukrainer zum Rückzug zu zwingen, welche sich innerhalb des Kessels befinden. Besonders die Angriffsrichtung bei Umansk scheint besonders gefährlich zu sein, da die Russen hier eine Straße nutzen können, die sich erstens gut befahren und zweitens gut verteidigen lässt. Dasseliges gilt auch bei Semenivka, nur dass sie hier entgegen der ukrainischen Verteidigungslinie angreifen, anders wie bei Umansk, wo sie quasi zwischen durchfahren können. Wenn dieser Bereich fällt, dann sind die Russen nur noch wenige Meter von der ersten größeren ukrainischen Verteidigungslinie in diesem Sektor entfernt. Wie sehen Sie hier selber bei Novo Selvga und bei den Positionen der 105. und 116. Territorialverteidigungsbrigade. Die Russen haben eine weitere Su-34 verloren, so wie es aussieht, durch einen technischen Fehler, da das nämlich von der russischen Seite so kommuniziert wird. Und die Ukrainer ebenfalls keinen Abschuss vermeldeten. Das macht auch Sinn, da das Flugzeug knapp 800 Kilometer von der Front entfernt in ein Gebirge krachte. Die Besatzung überlebte das übrigens nicht. Die Ukrainer haben in der vergangenen Nacht wieder einmal einen großen Luftangriff auf Flugabwehrstellungen auf der Krim ausgeführt. Beschossen wurden Flugabwehrsysteme vom Typ S-300 und S-400 durch 30 Jahre alte Attack-Cams Mittelstreckenraketen. Das war übrigens auch einer der größten Attack-Cams Luftschläge gegen Flugabwehrsysteme in diesem Krieg. Die verbleibenden S-400-Systeme, welche zu Russlands modernster Flugabwehr gehören und laut Russland auch die modernsten Systeme der Welt sein sollen, waren dabei natürlich ein Hochwertziel, da die Ukrainer ohnehin mehr als die Hälfte der verfügbaren Systeme auf der Krim zerstören konnten. Die letzten Angriffe auf der Krim, auf die Schwarze Flotte, auf Kommunikations- und Radarsysteme, sowie die Ankündigung, die Kärzbrücke zu zerstören und das Veröffentlichen von Videos ukrainischer Spezialeinheiten, die in Landungsbooten Übungen ausführen, weisen darauf hin, dass die Ukrainer versuchen könnten, auf der Krim zu landen. Durch die Zerstörung der Flugabwehr ist der Nordwestteil der Krim ungeschützt und durch die Zerstörung einiger Radare und der Eroberung der Bolko-Bohrtürme im September 2023 wurden die Russen im Westteil des Schwarzen Meeres blind. Über Satelliten können Sie sich natürlich weiterhin alles ansehen, was dort passiert, jedoch nur mit einer Verzögerung und auch nur, wenn die Witterungsverhältnisse es überhaupt zulassen. Das heißt, bei einem stark bewölkten Tag sieht man so gut wie nichts. Außerdem wurden auch Fähren und Schiffe entlang der Kärzbrücke angegriffen, die ebenfalls die Krim versorgen sollten. Vor wenigen Tagen griffen die Ukrainer auch ein Raketen-Frühwarnsystem der Russen an, welches ebenfalls den Bereich abdeckte. Schiffe der Schwarze Flotte meiden den gelb gestrickelten Bereich und fahren gerade einmal so in Küstennähe, um dann andere Häfen weiter im Osten anzufahren. Aufgrund der Attack-Angriffe der letzten Nacht twitterte der ehemalige Berater des ukrainischen Außenministeriums, dass russische Truppen die Anweisung erhalten haben sollen, ihre Familie in den südlichen Militärbezirk zu evakuieren. Also dort, wo die Flugabwehr noch halbwegs existent ist. Aber eine ukrainische Invasion auf der Krim und eine dadurch resultierende Rückeroberung halte ich persönlich für sehr unwahrscheinlich. Die Russen haben ja schon die meisten Strände bereits im vergangenen Jahr befestigt und auch wenn die Ukrainer es schaffen würden, die Kerzbrücke zu zerstören, auf der Krim zu landen und für Unruhe zu sorgen, benötigen sie dafür mindestens zwei Divisionen. Wie genau sollen sie dann überhaupt diese dorthin bringen? Die Krim liegt zwar sehr gut, da sie aufgrund der wenigen Zufallswege schlecht versorgt wird und auch natürlich viele militärische Einrichtungen zerstört wurden, aber es immer noch eine große Landmasse ist, die sich nicht leicht kontrollieren lässt. Sie könnten höchstens mit vergleichsweise wenig Soldaten die Zufahrten blockieren und sie somit von Russland isolieren, ohne sie erobern zu müssen. Jedoch wird dieser Zustand nicht lange anhalten können, da die Ukrainer ihre eigenen Leute ja ebenfalls versorgen müssen, was ohne einen Hafen oder Schiffe nahezu unmöglich ist, wenn man keinen Zugriff auf einen Landweg hat. Ich persönlich denke, dass die Landung auf der Krim nicht das Hauptziel, aber möglicherweise eine Nebenoperation der ukrainischen Streitkräfte sein könnte, um andere Frontabschnitte zu entlasten. Denn für eine groß angelegte Landung fehlen meiner Meinung nach die nötigen Mittel. Gestern habe ich Ihnen ja gezeigt, dass die Russen zumindest kurzfristig in einem Dorf in der Region Sumi waren. Hier gibt es ein neues Bild der Gruppe Wagner, die ebenfalls vor Ort war und sich mit dem Schild im Hintergrund ablichteten. Erinnert, wie gestern ja schon gesagt, an die pro-ukrainischen Soldaten, die auch immer kurzzeitig in russisches Kernland eindrangen und sich dort fotografieren lassen haben. Die Russen haben einen T-72 getestet, den sie nun fernsteuern können. Einer der Soldaten steuert den Turm und der andere bestimmt die Fahrtrichtung des Panzers. Doch wer lädt dann überhaupt nach? Naja, der T-72 ist ja ein Autolader und kann es theoretisch von selbst. Da er Treibladung und Granate selbstständig nachladen kann. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass ein aus der Entfernung gesteuerter Panzer seine Ziele so gut treffen kann, wie ein Richtschütze, der hierbei voll und ganz fehlt. Wenn Sie ihn also wieder voll Sprengstoff packen oder als Kamikaze-Panzer nutzen wollen, dann hätten Sie ja auch auf die Turmsteuerung verzichten können. Wie gesagt, das ist bisher das einzige Video dazu und es scheint sich ja weiterhin um einen Test zu handeln und nicht um etwas für die Serienfertigung. Aber ich kann mir dabei auch keinen großen Erfolg vorstellen. Zu den F-16 Jets gibt es eine Neuigkeit und zwar hat Sergei Golubsov von den ukrainischen Luftstreitkräften letztens erklärt, dass eine bestimmte Anzahl von den Flugzeugen auf sicheren Luftwaffenstützpunkten außerhalb der Ukraine gelagert wird, damit sie hier nicht ins Visier genommen werden. Das hat den Hintergrund, da Russland ja keinen NATO-Stützpunkt angreifen kann, da sonst ja der Bündnisfall eintreten würde und dann würde es einen Krieg gegen die NATO geben, welchen Russland auf jeden Fall verlieren würde. Im schlechtesten Fall verlieren wir alle durch einen Atomkrieg, darüber brauchen wir ja gar nicht zu reden, aber Russland möchte dieses Risiko natürlich auch nicht selbst eingehen. Da die Ukraine ihre bestehenden Flugplätze umrüsten muss, damit dort F-16 starten können, gibt es nicht so viele Flugplätze, welche dafür in Frage kommen und wenn einer davon umgerüstet wird, dann werden es die Russen natürlich mitbekommen. Also werden diese Flugplätze wieder legitime Ziele oder beziehungsweise Ziele für Russland, um sie anzugreifen, Hochwertziele, da sie ja wissen, dass dort die F-16 ebenfalls stationiert ist. Wie kann man den ganzen also aus dem Weg gehen? Naja, man könnte die F-16 ja beispielsweise einem NATO-Land stationieren, dann einen Angriff gegen Russland fliegen, dieser Angriff wird dann über ukrainischem Territorium ausgeführt und dann wird wieder zurückgeflogen und dann eben wieder auf dem NATO-Flugplatz geparkt. Dabei muss es ja auch gar kein NATO-Flugplatz sein, es kann ja einfach nur ein Flugplatz in einem anderen Land sein, das eventuell ein NATO-Partner ist oder auch nicht. Wichtig ist ja nur, dass der Flugplatz der Ukraine zur Verfügung gestellt wird. Die Russen sehen dabei natürlich wieder das Übertreten einer weiteren roten Linie und sie meinen damit auch, dass wenn eben diese Maschinen von einem Flugplatz eines anderen Landes starten und dann in den ukrainischen Luftraum fliegen, Raketen abschließen und dann wieder zurückkehren, so wie ich es ja gerade gesagt habe, dann soll dieser Flugplatz auch ein legitimes Ziel sein. Zumindest laut der Meinung des Verteidigungskomitees des russischen Parlaments. Wie die ganze Sache ausgehen wird und wie die Lösung für die ukrainischen Streitkräfte dabei sein wird, bleibt natürlich sehr interessant, denn wie ja schon gesagt, wenn sie schon solche Flugzeuge bekommen, dann wollen die Russen sie auch um jeden Fall zerstören und die kann man nicht einfach so wie beispielsweise ein Leopard 2 in einem Wald verstecken, in irgendeiner Lagerhalle oder sonst irgendwo, sondern diese können ja natürlich nur auf einem Flugplatz stehen, von dort aus starten und kehren dann natürlich auch wieder zu einem Flugplatz zurück, den man eigentlich jederzeit angreifen könnte. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Zuhören, lasst mir gerne ein Abo, Like oder Kommentar da und bis zum nächsten Lagerbericht.